Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier öfters sehen könnten. Ich lade nämlich immer zweimal in der Woche ein Video hoch, immer mittwochs und sonntags. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren, das geht ganz einfach. Drückt einfach unten den Button Abonnieren, drückt das Glöckchen und dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. In meinem heutigen Video zeige ich euch einen super schönen und schnellen Alltagslook, den ihr auch ganz einfach nachschminken könnt, der aber so einen Hauch von etwas Besonderem hat. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Kleiner Disclaimer wie immer, keine bezahlte Werbung, keine bezahlte Kooperation. Ich habe keine Produkte in PR erhalten oder ähnliches. Alles, was ich hier benutze, habe ich selbst ausgesucht, selbst gekauft und selbst bezahlt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Als erstes starte ich natürlich wieder mit Primer. Dazu benutze ich heute ein neues Produkt, das habe ich bei Wish bestellt. Also es war sehr günstig, hat aber eigentlich ganz gute Inhaltsstoffe und hat mich einfach vom ganzen Prinzip her angesprochen. Es handelt sich hier um die Magic Skin Beautiful BB Beauty Booster Cream. Schaut so aus. Das ist also, wie gesagt, eine BB Cream. Die ist aber so leicht peachfarben gefärbt und sorgt dadurch natürlich für Color Correction. Der Primer hat jetzt richtig schön meine Rötungen ausgeglichen, auch die Schatten ein bisschen unter meinen Augen aufgehellt. Und deswegen würde ich jetzt weitermachen mit den Augen. Da benutze ich als erstes wieder die Lidschatten Base von O2O. Das ist diese hier, wie immer. Die gebe ich jetzt mit dem Finger auf meinem Augenlid auf. Ich habe heute eine Lidschattenpalette von Essence mitgebracht. Und zwar ist es diese hier, die Hello Berlin Palette. Kriegt ihr bei DM oder auch bei Rossmann. Die Farben schauen so aus, sind richtig schöne Alltagsfarben, die man gut nutzen kann. Und damit beginnen wir jetzt auch. Ich starte als erstes mit dieser Farbe hier und die setze ich als Übergangston in meine Lidfalte. Als nächstes nehme ich diesen dunklen Brauton und verdichte damit noch ein bisschen meine Lidfalte. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben super gut pigmentiert und lassen sich ganz toll ausblenden. Die Palette von Essence ist daher eine echte Empfehlung aus der Drogerie für euch. Als nächstes gehe ich in diesen Ton rein. Das ist ein Schimmerton, den trage ich mir mit dem Finger direkt auf dem Augenlid auf. Mit dem dunklen Braun intensiviere ich jetzt nochmal die Lidfalte und das äußere Drittel meines beweglichen Lids. Als nächstes mache ich mit der Base weiter. Dazu benutze ich heute meine Foundation von Lamea. Ihr könnt natürlich jede andere Foundation benutzen, die für euch gut funktioniert. Das ist ein Schimmertes, die für euch gut funktioniert. Die Foundation von Lamea habe ich jetzt als erstes mit meinem Pinsel aufgetragen. Das ist ein Pinsel von Laetitia Lemarque und danach habe ich das Ganze nochmal mit meinem Schwämmchen verblendet. Ihr könnt sehen, das Finish auf der Haut hier ist wirklich super schön glowy, hat ganz toll abgedeckt, aber die ist auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und sitzt sehr, sehr, sehr schön und natürlich auf meiner Haut. Als nächstes trage ich jetzt Concealer auf. Da benutze ich den Color Correcting Concealer von Rivalasli. Zum Verblenden des Concealers habe ich hier so ein kleines Schwämmchen benutzt. Das habe ich ganz neu gekauft. Das gab es bei Penny im Angebot und ich muss echt sagen, das Ding ist richtig super. Das ist ultra weich. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen, weichen Schwamm gehabt. Und der ist halt auch so super mini klein, damit komme ich hier oben in die Ecken vom Auge überall gut hin und das ist halt zum Verblenden wirklich super. Eine große Empfehlung von mir. Guckt mal nach, bei Penny gab es das letztens im Angebot. Um dieses schöne Finish und den tollen Glow auf der Haut jetzt zu erhalten, sette ich das Ganze jetzt mit meinem Zauberpuder von Makeup Coach. Als nächstes benutze ich noch ein bisschen Blush und Bronzer. Da benutze ich diese beiden Schätzchen hier. Die sind auch beide von Makeup Coach. Jetzt darf natürlich auch der Highlighter nicht fehlen. Dabei nutze ich von Catrice die Lumineis Palette. Jetzt machen wir noch das Augenmakeup fertig. Dazu benutze ich in der Palette den hellbraunen Ton und den dunkelbraunen Ton und trage mir das hier unten am unteren Augenlid auf. Als nächstes benutze ich diesen superschönen türkisfarbenen Kajalstift. Den trage ich mir auf der unteren Wasserlinie auf und auch hier oben am Wimpernkranz und blende das Ganze aus. Durch den blauen Kajal hat das Ganze jetzt einen kleinen Touch of Color bekommen und das macht den ganzen Look irgendwie zu etwas Besonderem. Jetzt werde ich noch unter der Augenbraue und im Innenwinkel meines Auges ein bisschen Highlighter auftragen. Als nächstes biege ich jetzt noch meine Wimpern und trage Mascara auf. Dazu benutze ich diese beiden hier. Das ist einmal die Sky High Mascara und die Falsy Slash Lift Mascara. sind beide von Maybelline und beide haben verschiedene Konsistenzen und verschiedene Bürstchen, sodass ich das Beste aus meinen Wimpern herausholen kann. Bei so einem Look dürfen natürlich die Augenbrauen nicht fehlen. Deswegen benutze ich von Catrice den Brow Colorist, das ist das Augenbrauen-Gel und ich benutze einen Augenbrauen-Pen, einen von Rosalind heute. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen was auf die Lippen. Dazu benutze ich als Lip-Liner den Pencil von Make-Up Coach in der Farbe Beste Freundin und einen Lippenstift von Catrice. Das ist einer aus der Chromatic-Reihe. Schaut so aus, ich zeige ihn euch mal von innen. Auch eine super schöne Farbe, die ganz toll zum Look passt. So Freunde, das ist jetzt der fertige Look. Ihr könnt sehen, das Ganze ging super schnell, super einfach auch und durch den blauen Kajal hat das Ganze irgendwie einen besonderen Touch bekommen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.